Grüß Gott und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen ein weiteres Produkt aus dem Hause Team Direkt vorstellen. Die akkubetriebene Universalschere Classic Cutter. Im Allgemeinen werden Bodenabdeckungen auf Baustellen immer noch mit dem Teppichmesser getrennt. Hier besteht jedoch die Gefahr, dass ich mit der scharfen Klinge Wände oder Böden beschädige. Diese Gefahr besteht beim Classic Cutter nicht. Dadurch, dass er abgerundete Klingen hat, habe ich dieses Problem nicht. Mit dem Classic Cutter lassen sich verschiedenste Materialien mühelos und einfach durchtrennen. Zum Beispiel ein Gipservlies. Oder ein selbsthaftendes Vlies. Oder zum Beispiel Kartonage. Selbst Hartfasermappen mit 5 mm Stärke. Für den Classic Cutter kein Problem. Ausgeliefert wird die Universalschere mit Ladekabel, Bedienungsanleitung und einem Ersatzschneidekopf. Das Produkt ist natürlich TÜV und CI geprüft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.